Im Ketten liegt sie da, wehrlos, ohne Chance, ist ausgeliefert all der Tyrannei, einer grauenhaften Trance. Ihr Körper ist geschändet, doch lehnt sie weiter sich noch auf, gegen all die Fesseln lässt der Verzweiflung Wut den freien Lauf. Auch wenn das Sein eine Quale ist und sie nur den Tod sich kann ersehnen, so gärt in ihr der Rachwunsch, lässt sie im Aufstand weiter leben. Denn wie ausweglos auch alles scheint, wie viele Schläge sie uns spüren, einmal will sie frei noch sein, ein wahres Leben führen. Untertitelung des ZDF, 2020